Hey Leute, wie geht's euch? Euer Viktor hier. Hallo, was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Fokus-Kanal. Wir nehmen eine Runde Passwort auf. Mit dabei sind Sidney, Dullen, Musti und Viktor. Wir haben gerade schon ein Video aufgenommen, ich habe Mikro vergessen zu machen. Falls ein Video weniger kommt, meine ich will, sorry Jungs. Nö, nö, das wird nicht wiederkommen. Wir werden das schon noch entklingen. Ich habe fünf Begriffe rausgesucht. Teams sind folgendermaßen. Das Winner-Team vom letzten Mal, Mo Auber und... Oh, nö. Oh, nö. Junge, ich habe gegen Fabienne gewonnen. Wir gewinnen niemals. Ist doch egal. Junge, ich spiele lieber alleine. Rote Teamchemie auf jeden Fall. Viktor, haben wir nicht. Super Teamchemie. Schlechter Mensch, schlechter Mensch. Schlechter Mensch, schlechter Freund auf jeden Fall. Sidney und Dullen. Sidney ist auf irgendwelchen Drogen. Ich weiß nicht, was mit dem man los ist. Aber... Können Comedy werden. Mal gucken. Fiburtiker. Nice. Begriff Nummer eins. Dullen, kennst du die Regeln und so? Ja, klar. Ich habe schon mal. Ja, der Mann war doch schon mal hier zu Gast. Der ist auch Stammgast. Okay, gut. Ich schicke es mal an Mo Auber und Dullen als erstes. Leute, das Dullen als erstes Video übrigens, Leute. Geil, mach mal ein bisschen Lärm. Ja genau, das ist erstes Video. Ja. Zeig ich jetzt bei jedem Video. So. Ich fange einfach an, ne? Was? Fang einfach an. Ich habe kein Wort. Ne, ich habe das Wort. So. Ja, nice. Ja, nice Mo. Sucuk. Knoblauch. Halt. Ich muss überlegen. Ich bin gut da drin. Gib mir einen Tipp. Ja. Ich sage Vita-Vate. Hä? Das tut schon gut Vita-Vate. Was? Lebensmittel? Hä? Okay. Ähm, Musti? Ja. Ähm, aufbewahren? Wie gut ich bin. Wie gut ich bin. Oha. Wie gut ich bin. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich aber auch gesagt. Ja, du. Ja, aber diese Einleitung mit Sucuk erstmal. Egal. War gut, war gut. Wir sind super, Musti. Super junge Weiße. Eisgekühlt immer. Gut. Begriff Nummer 2. Geht jetzt an Musti. Und Sidney Eweka. Hm. Hm. Oha. Darf ich ein Synonym erwähnen? Nein. Oh man. Okay. Dann mach ich einfach. Selbst wenn, dann darf. Also sag nicht vorher, dass es ein Synonym ist. Ach, es musste der andere? Ja. Okay. Ja. Dann hast du Zeit, ne? Ähm, dann nimm ich Bühne. Bühne. Bühne? Ja. Sag irgendwas. Ich sag Travis. Irgendwie hab ich auch daran gedacht. Travis! Mo, Mo, denk nach. Meinti, jetzt kommt Travis. Mehr. Jizzes. Was für ein Jizz, Alter. Junge, was? Hm, denk nach. Ich bin nicht so ein der selbsten Sänger, ne? Ähm, Rapper. Man. Ja. Ich wusste nicht, ob ich einen Namen sagen darf, Digga. Kann ich einfach Rapper sagen? Ja. Ja. Perfekt. Jizzes ist der von, äh, wer ist das nochmal? 1,8,7. 1,8,7. Vorg cm назад. Der dritte Begriff ist bei den Jungs. Jetzt kannst du dein worst tweet. Was, soll ich dann fangen, oder du? Ja, du… Ja, du bist da. ich will sie muss überlegen ja das ist mal mit zweites durch dann sagt man erst wird auch beim ersten ich würde beim ersten auch wenn muss die gewinnt sagt was will ja ich überlegt hat ich sag ich sag breaking bad was ist der bald herrgut netflix muss sie ja linken also ich glaube ich weiß ich dachte du meinst linken ich dachte bei linken das kann an alles denken man muss muss ich muss ja wir haben 10 chemie ja ich wollte was sagen damit weil ich dachte irgend wenn ich viel versagt dann sagt man dann ist wir machen aber die anderen beiden begriffe noch einfach für die demütigung wir arbeiten wer arbeit hat influenza ja die sind dafür bekannt zu hause arbeiten zu hause ist doch übersetzung ne 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 naja stimmt aber stimmt ja nicht flexibel ich bin fix e-sportler können es jetzt haben könnte jetzt haben ich muss ja keine ahnung die sagen wir gleich müssen die wörter ja doch alles gut das war auch alles bisher so war pc na ja könnte man zusammensetzen denkt denkt an die letzten wörter arbeiten zu hause flexibel pc naja ja das ist es ja ja genau denk nach ich habe ich habe keine ahnung ja ja keine ahnung ich habe ich also e-sport macht sinn aber keine ahnung also es war ja schon sagt ihnen was sagt ihnen was sagt ihnen was ich frage ob ich das sein darf ähm mir fällt eigentlich das war noch aus was fragt der hey dann wird das noch ja keine ahnung ich sag irgendwas ich weiß es nichts gibt es kann ich skippen ja keine ahnung ähm ich sag arbeitslos arbeitslos passt eigentlich alle darf ich das sagen victor nein äh aua macbook was Junge was wollt ihr von mir ja ich schwöre einfach macbook ne Junge überleg doch bisschen bruder überleg bisschen flexibel äh meinte die die hä Junge ich sag einfach youtuber keine ahnung das war schon unfair das wort eigentlich victor ne von ihm ja dann sage ich dann haue ich mal raus dann haue ich mal raus ein notebook oh mein gott Junge denk doch mal einfach jetzt oh mein gott denk dir wie einfach drüber da nicht raufkommen wie einfach einfach die letzten beiden wörter Laptop Laptop oder was ja 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 arbeiten flexible arbeit aber oh man ey das war ne schwere geburt so letzter begriff das ist immer leichter wenn ihr das wort habt selber macbook ist das durch geht denn du fängst an oder? ich hab vorher gefragt ich fang nun an ähm stream zuschauer ja bald ähm greenscreen hm hm webcam ja hä richtig ja das ist gut na Also das ist von Greenscreen auf Webcams? Der ist sehr strong. Die haben gewonnen. Ja, die Team Chemie muss sich erst aufbauen bei uns. Cheers, cheers. Jo Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mo und ich haben gewonnen gegen Dillon und Sydney. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und checkt ab. Das muss rein, bitte. Hey, tschau tschau. Tschau tschau. Meine Connection. Ich hätte gerne sein Gesicht gesehen jetzt. Weil sie sich versprochen hat.